Das treue deutsche Vaterauge, ich sehe es liebevoll auf mir wohnen. Papi! Papi! Sie sind... Jawoll, ich bin dein Kind. Umarbe deinen Sohn. Küsse mich, Vater! Vater! Ach, wir haben uns schon so auf das Wiedersehen mit euch beiden gefreut. Noch größer allerdings würde unsere Freude... Vergeh' keine Rede nicht! Noch größer allerdings würde unsere Freude sein, wenn Sie im Laufe Ihrer Einjährigen Ehe sich der Mühe unterzogen hätten, uns mit einem Enkelkind zu beschäftigen. Sind wir uns also einig? Du, Dickerchen! Und was darf ich dir geben, liebes Männchen? Lass nur, Schatzi, ich bediene mich schon selber. Sag mal, Mama, wie geht es denn eigentlich unserer eigenen Mann? Die ist nun schon recht tapplich geworden, aber sie ist doch... Ich bin der Schriftsteller Helgers. Bin ich denn schon gedruckt? Ja! Jetzt will ich Ihnen mal etwas verraten, obwohl Sie es eigentlich nicht verdient haben. Erik Helgers ist in Wirklichkeit gar kein Mann, sondern eine Frau. Machen Sie keine Witze! Machen Sie keine Witze! Wirklichkeit! 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 Vielen Dank.